hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge matzes im world of warships hallo mit mir und der marie die marie ist auch gerade durchs bild gelatscht ja gut nackt teilweise ok muss ich dann gleich angucken ja ich muss die grafik unterstellen 25 fps ja nebelflotte teil 2 ne neues schiff glaube ich wie auch immer das hieß vergessen irgendwas mit kirishima das habe ich halt du hast die haka normal aber immer siehst du kann mich da mein mein sinn täuschen mann 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 muss ich oder eine nachricht schreiben hier haben wir sie uns hier ist es in der millionen schaden zu machen ich habe geschehen Prozent ich glaube 150.000 null ich habe jetzt gerade schon zwei schiffe angesteckt also nicht mehr ich bin schlachtschiff vor schlecht neuner das wort deutsch auch schlecht und es dreimal angezündet bb bb die so g btf fährt eine haruna die trifft mich ich auch 8000 schaden nicht schlecht mehr als die auf da habe ich gestern mit der kiew 47.000 schaden gemacht ohne tropädos zu benutzen die haben nur 4 km reichweite ist ja klar schön wie mein ruder am eimer ist der ruder will es wissen alter das habe ich jetzt gerade getroffen jeden 3.000 schaden auf eimer wo kommt das denn her wenn ich meine cita gehabt na dann hast du richtig getroffen sei doch froh komisch ich habe einfach nur das blaue so ach du scheiße fährt dann zerstörer vor mir rum mach ihn tot ne der mach mich bestimmt tot oder der ist unfähig ich glaube der ist unfähig na lass doch unfähig sein pju 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 jetzt kommt der hinter mir er kommt hinter mir wo bist denn du eigentlich wirst du mich auch gerne wissen wollen woher boah hier übers zerstörer party so ist cool wenn die sekundar in die eigenen leute abknallt da hinten ist die nebjork red gallo doppel da ist ach du scheiße treff mich zweer oder 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 boah da hab ich ein schwein hohohoho wo bist denn du sind wir am selben gefecht ja ja ich bin mitten in dieser bucht drin ach da hinten hohe aus karls ruhe mit mächtigem getöse ich hoffe ich kann mit er ko- was und mit mächtigem getöse geht der wolf in die grotte schmeiße ich mir die bombe in die britteuse auch kirov nervt und haruna ja ich bin hier ziemlich hat die kirov torpedos äh ja ja ich glaube die schießt gerade torpedos auf mich ich glaube aber bloß 4 oder 6 km ich kann dir das leider nicht ganz bei anderen ich bin 4 km dran hm dann solltest du ausweichen ja mach ich ja grad aber ich brenne nur dann ja da kommen torpedos aber die hat bloß 3 stück ne die anderen halten sie sich für später ne ich vorgegen ne scheiß insel hm glückwunsch das lohnt sich mal wieder leck mich ja die hole ich mir die wird vernichtet werden müssen tun wollen ja alle bis auf jeden davor und wasser gegangen ist klar ich lebe zwischen dir scheiß torpedos nach ja die hat mächtige geschütze da wenn man auf reparieren drückt geht automatisch das feuer aus will will es müssen neu sein scheiß so ja 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 natürlich du kannst wasser einbruch und Brand damit reparieren ach so ja guten morgen alles gegen felsen ich werde gleich explodieren ja ja ich will wirklich noch innen ausballern komm schon glaub ich nicht oh ficken ah sehr schwierig hier ja ich bin hier den new york hunter die sind am felsen ja die kommt rüber einer ja wo ohne hallo die sind noch meistens schnell die dinger nur sind sie die habe ich schon ein bisschen angedotzt bitte ach komm schon wenigstens anzünden bevor sie mich hier wegflisten so das sieht doch ganz gut aus da drüben die brennt ne die brennt vielleicht schlecht gut geforscht oder so die brennt vielleicht schlecht jetzt ist sie weg weil die new york ist noch da hm ja die isuchi aber auch wow und weg war ich schöner cita treffer was krass na dann danke fürs zugucken und ciao ciao tschö mit öl tschö mit öl tschö mit öl tschö mit öl tschö mit öl